Im Dialog Kopf- und Fußtexte im Auftragsnachtrag im Register Kopf- und Fußtexte von Mehr- und Minderleistungen definieren Sie ausschließlich für den Access-Bericht den Kopftext und den Fußtext für Mehr- und Minderleistungen. Sie können für diese ebenfalls vereinbaren, dass Summen gezeigt werden und den entsprechenden Summentext vorgeben. Beachten Sie bitte, dass die Nachtragsangebote innerhalb von VI-Report ihre Angebots- und Vortexte direkt im Report-Dokument definieren.